ARD Text im Auftrag von Funk 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 doch gemeinsam schaffen wir das wir hoffen auch im namen aller gastronomen und hoteliers dass dieses grauen bald ein ende hat und wir wieder für euch da sein dürfen wir freuen uns auf euch eure meike euer stefan vom hotel schlömer in kloppenburg und